Es ist ein bisschen wie kurz vor Weihnachten, man freut sich drauf, morgen ist es endlich soweit, da wird die FED ihr Ergebnis verkünden, nicht nur den nächsten Zinsschritt, das ist das eine Thema, aber auch das begleitende Statement natürlich, also die Aussage, wie es denn danach weitergehen soll, das ist ein wichtiges Ereignis für die Börse und die Börse wartet da drauf, die vielen Marktteilnehmer warten da drauf, was da passiert. Der einzige Unterschied ist, an Weihnachten gibt es Geschenke, ob das morgen einen Schlag ins Kontor gibt oder in die Magengrube, je nachdem wie man es sagen will, oder ob das wirklich ein Geschenk für die Börse werden wird, das wird wohl noch abzuwarten sein. Aktuell sieht die Situation allerdings ziemlich klar aus, nämlich nicht richtig deutlich nach oben, wir sehen das hier beim S&P 500, das ist der Future hier da drauf, die jüngste Bewegung sehr stark nach unten und immer dran denken, starke Bewegung und wackelige Gegenbewegung sind so ein bisschen ein Indiz, in welche Richtung das Ganze noch geht. Hier sieht man das so an einzelnen Stellen, ist das ziemlich deutlich und selbst wenn ich im Stundenschart gucke, ich weiß, viele von euch sind natürlich scharf drauf, Mensch, was passiert heute Nachmittag, da gibt es eigentlich nur, dass man so diese Verlaufsmuster anguckt, solange es korrektive Bewegungen gibt. Die letzte starke Bewegung der letzten vielen Stunden ist halt sehr stark nach unten und wehe, der Kurs macht als nächstes Mal hier irgendwie so eine wackelige Aufwärtsbewegung, da bin ich mir sehr sicher, dass es die besten Voraussetzungen für nochmal nach unten sind. Das ist allerdings wirklich dann nur im Klein-Klein, denn wir werden wohl abwarten müssen, was morgen die FED macht. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Markt jetzt vorher, ja, vielleicht also ein bisschen zögerlicher sein wird, sich gar nicht so sehr mal aus dem Fenster lehnt. Im Klein, wie gesagt, überhaupt kein Thema, aber ob das im Großen wirklich noch zum richtigen Durchbruch führt, das bleibt ernsthaft abzuwarten. Die Voraussetzungen allerdings aus meiner Sicht aktuell besser auf der Short-Seite. Woran liegt das? Naja, hier ist es die starke Abwärtsseite, hier ist es die starke Abwärtsseite. Wenn wir uns den Nasdaq mal angucken, dann sehen wir, dass wir hier zwar in der Aufwärtsbewegung sind hier aktuell, aber ihr seht, dass es auch wieder überschneidend ist. Das sind alles keine guten Zeichen für die Richtung nach oben. Es sieht alles danach aus, als ob nach oben ein Kampf ist und nach unten eben das Ganze dann entsprechend sich schneller bewegen sollte, wenn es denn soweit ist. Möglicherweise fällt der Startschuss dazu erst morgen, aber solange wir solche relativ starken Bewegungen haben, gefolgt. Möglicherweise, das ist ein Angebot, dass das passiert, das ist jetzt nicht gesagt, dass das ganz sicher hier passieren wird, aber immer wenn ihr so eine starke Bewegungsrichtung habt, eine schwache Gegenbewegung, sehr wackelig, spricht sehr vieles dafür, dass ihr das nach oben fortsetzt, wartet allerdings auf den Trigger. Das heißt, dass dann diese Zwischenhochs in diesem Fall hier oder hier die Zwischentiefs da entsprechend gerissen werden. Wo könnte so eine Korrektur hingehen? Ja, ich gucke immer, dass ich so halbwegs so Fibonacci-mäßig unterwegs bin, wobei das, was ich jetzt mache, gefällt mir eigentlich schon gar nicht, denn eigentlich ist das gar nicht der höchste Punkt gewesen, sondern hier, also ist das schon die erste Abwärts, die dreiwellige Aufwärts, die dritte starke Welle, vielleicht ist hier jetzt die vierte, also ich würde sogar eher sagen, wir kommen gar nicht mal mehr so hoch. Und kriegen dann hier nochmal den nächsten Schub nach unten. Also ihr seht schon, alle meine Argumentationen ist, ja, wenn es dann nach oben geht, eher so eine Gegenbewegung, die muss jetzt nicht zwangsweise wackelig sein, die kann auch dreiwellig sein, hier irgendwie was in der Richtung. Aber eben korrektiv würde dem Markt ganz gut zu Gesicht stehen, im Anbetracht dieses übergeordneten Szenarios, das wir da überall haben. Das ist beim Dow Jones auch nicht großartig anders, das soll ich euch sagen, machen wir den mal in groß hier. Hier haben wir allerdings tatsächlich den höchsten Punkt hier, das unterscheidet den S&P und den Dow vom Nasdaq. Das heißt, da würde man vielleicht eher nochmal sagen, dass der Kurs irgendwo hier sogar nochmal in die Korrektur reinkommt. Ich muss allerdings auch sagen, so richtig schön ist das jetzt hier auch nicht, um das hier genau zu verorten. Ich bin mir da nicht so ganz so sicher, aber es ist nun mal die letzte große, übergeordnete, starke Bewegung, die man hier sieht. Man kann es erahnen hier im 4-Stunden-Chart, dass das wohl eine relativ starke Bewegung hier ist. Und solange es nur wackelig in die Gegenrichtung geht, hätten wir ein ganz gutes Zeichen, dass die andere Seite nicht die richtige ist. Ja, vielmehr, was soll man dazu sagen? Ja, begeistert bin ich nicht, zumindest wenn ich aus bullischer Sicht. Ich kann mir auch beim DAX vorstellen, dass wir so ein bisschen uns nach oben nochmal durcharbeiten. Es geht aber eigentlich darum, dass der nächste Schub, die nächste Hauptbewegung wohl vorrangig eher nach unten zeigt. Und das ist nicht so verhoffnungsfördernd für das, was morgen ist. Denn es zeigt, dass die Marktteilnehmer, wenn dann positiv überrascht sind, und das ist vielleicht eine wichtige Information nochmal. Heißt das denn jetzt, dass morgen das auf jeden Fall schlecht ausgeht? Nein, der Markt wird morgen reagieren auf das, was uns die FED sagt. Und das weiß keiner, und selbst die FED ist ja noch nicht sicher, was sie da sagen wird. Also keiner weiß, was in der Zukunft morgen passiert. Was wir aber ablesen können ist, dass die Marktteilnehmer zur aktuellen Situation eher eine schlechte Meinung haben, also nicht wirklich davon überzeugt sind. Heißt auf der anderen Seite, wenn es morgen wirklich eine sehr positive Reaktion gibt, ist das eine echte Überraschung und könnte zumindest vorläufig den Markt erstmal wieder drehen. Also vielleicht sogar zu so etwas hier begeistern, was wir hier hatten, so eine scharfe Aufwärtsbewegung, die wir da im Großen sogar hatten, weil der Markt auf einmal wirklich überrascht ist. Umgekehrt, wenn der Markt überzeugt ist, also sich bestätigt sieht in den Nachrichten, dann dürfte es eine relativ heftige Bewegung nach unten geben. Soweit nichts Neues. Da sagt ihr, naja, dafür hätten wir das Video jetzt hier nicht gucken müssen. Im Moment sehen wir aber, dass die Marktteilnehmer eher von einer nicht so tollen Nachricht ausgehen für den Markt. So preisen sie es aktuell ein, so verhalten sie sich aktuell. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wenn die Nachricht wirklich positiv aufkommt, dass das als positive Überraschung vielleicht ein Befreiungsschlag ist, der dann nochmal ein gutes Stück läuft. Aber auch dort gilt, genauso wie sonst auch immer, idealerweise warten wir das ab. Und das wäre der Trigger, um sowas nochmal fortsetzen zu sehen. Ihr seht, also das ist völlig unabhängig davon. Viele sagen, ja, aber wenn es doch dann eh die fundamentale Information ist, die den Markt antreibt. Ja, aber ich muss ja irgendwo meine Entscheidung fällen, in welche Richtung ich wann losschlage. Soll ich dann morgen um 8 Uhr direkt irgendeinen Kauf oder irgendeinen Verkauf machen? Dafür sind diese Trigger-Überlegungen gut. Und für die Richtungsentscheidung brauchen wir die starke Voraussetzung, die wackelige Gegenbewegung und dann den Trigger, um dann gegebenenfalls loszuschlagen. Und wir können das heute vielleicht schon mal im Kleinen üben. Das kann man nämlich auch auf kleineren Zeitebenen hier im 5-Minuten-Chart immer wieder sehen. Wenn ihr starke Bewegungen, was Wackeliges dagegen habt, wisst ihr, ah, okay, vorsichtig, das ist es noch nicht. Ihr könnt es nochmal hier in Nahaufnahme machen. Auch hier sieht man starke Bewegungen, wackelige Bewegungen, vorläufige Fortsetzungen, starke Bewegungen, wackelige Bewegungen, vorläufige Fortsetzungen. Hier selbst im Kleinsten starke Bewegungen, dreiwillig nach oben und so weiter. Also ihr seht, dieses Verhaltensmuster habt ihr immer wieder. Ihr könntet üben, mit oder ohne Geld, heute im Laufe des Tages mal solche Bewegungsmuster im Chartverlauf suchen. Dann seid ihr vielleicht ganz gut vorbereitet und könnt morgen rechtzeitig dann loslegen, wenn der Markt das entsprechende Bild dann zeigt. So, in diesem Sinne euch erstmal alles Gute für heute. Drücke ich euch die Daumen, sagt liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.